19.30 Uhr Auf Zeitstück ab! Ich gebe das Kommando zurück zu unserem Camp Cup, auf geht's! Ich gebe das, ich gebe das, ich gebe das, ich gebe das. Ich gebe das, ich gebe das, ich gebe das, ich gebe das. Ich gebe das, 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 ich gebe das 22.50 für jede FC! Und wir waren aus. Punkt. Ejans Stuttgart, voran ist Stuttgart 15,22. Zweitens für den 3. Safina Duarte gegen Altmaida. Wir sind auf die Sie lassen sich weg, das wird jetzt ausgehen. Der erste Universität, 23 zu 14! Der geht vom Block zurück. 16, 23, Aussicht. Allianz von Diskutgart. Die Nummer 2. Kandalina Stoss. Und der war ganz leicht raus. Und die Allianz von Diskutgart. Verkürze auf. Wechsel. Schöner Rock. Und die Nummer 13. Satzball Nummer 1. Und das ist passiert. 55. 70. Spe female. 1-0 für den Essay. Und jetzt begrüßen Sie mit mir die Junior-Pick-Bernd des Goethe-Gymnasiums, die stehen hinter der Ecke und die Fallen. Jetzt mal richtig ein und zwei und nur einen Applaus, dass Sie nochmal richtig Gast geben hier. Also ich würde mich freuen, wenn Sie mit zum Gehen. Danke sein an die Junior-Pick-Bernd des Goethe-Gymnasiums. Vielen Dank für den Applaus! Das sind wir hier für uns, meine Lieben. Gibt es hier sonst noch einen Hot-Up bei Reisnern auf? Die Statistik Satz Nummer 1, 25 zu 17, Spielzeit 24 Minuten und wir melden uns da wieder. Wir sind im Zweifelsatz. Es gibt das Sitz in Einzelung für den Schweriner Sieg. Und seit letztem viel Spaß hier nur in der neuen Arena im Schwerin. Hier und Bach! Und wie hier? Das war's! Das war's! Der Punkt geht an zu den ersten Einten zu holen. Aber in der Stimmung bei der Bank, es geht mit der Zwei weiter, Tani, Tani Jax, Svenin SC. Der Punkt geht mit der Zwei weiter, Tani, 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 Tani. Der Punkt geht mit der Zwei weiter, Tani, 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 Tani.